So, wir machen dieses Video weiter und zwar jetzt geht es um richtige, ja, Graf-Skizzieren-Übungen. Das machen wir jetzt. Ich nehme jetzt wieder, äh, ich fange wieder mit Rot an. Das geht am allerbesten. Bis jetzt hatten wir ja positive Anstiege, negative Anstiege mit ganzen, äh, schicken Zahlen. Was ist jetzt aber, wenn ich sage, ähm, ja, ich übertreibe mal. F von x soll heißen, äh, positiv, ähm, ein Fünftel x plus, plus, nee, minus 1. Ein Fünftel x minus 1. Was mache ich jetzt? Der Trick mit der minus 1 ist kein Problem. Schwupp. Kein Problem. Nee, ne, erster Punkt minus 1. Da muss ich überhaupt nicht rechnen. Aber jetzt geht der Kontrollpunkt los. Jetzt sage ich, ähm, ich setze mal 1 ein. Macht man ja gerne so. Man setzt nur 1 ein. Und jetzt, haha, ich gehe also von diesem Punkt 1 nach rechts. Ach du liebe Zeit, guckt euch mal an hier, wie wenig Abstand ich zur Verfügung habe. Das wird schlecht. Ne, nochmal. Ich gehe von diesem Punkt los. Der Graf, der muss hier irgendwie so laufen. Ein Fünftel ist ja ein ganz flacher Anstieg. Der wird flach laufen, der Graf. Aber hier nochmal. Ich gehe von diesem Punkt jetzt 1 nach rechts. Und soll nun 0,2 nach oben gehen. Das ist blöd. Da wählt man Zahlen am besten, die sich kürzen lassen. Das geht am allerbesten. Ich setze einfach eine 5 ein. Ein Fünftel x 5 ist 1. Und muss demzufolge 5 nach rechts gehen. 1, 2, 3, 4, 5. Und was ergibt sich jetzt? Von hier aus ein mehr hoch. Jetzt staunt ihr. Wieso gehe ich von da unten hoch? Nochmal. Ich setze hier eine 5 ein. Darüber sind wir uns einig, damit es sich nicht so ein pieplicher Wert ergibt. Na klar, wir können doch für x einsetzen, was wir wollen. Das geht. Ja, ja. So, nochmal. Ich setze also, wenn ich eine 1 einsetze, nochmal, hier, in diesem Bereich. Gut, ich fange von hier aus an. Dann könnte ich nur ein ganz bisschen nach oben gehen. 0,2. Ein Fünftel ist 0,2. Das ist nichts. Das wird nichts Vernünftiges. Guckt euch mal dieses flache Steigungsverhältnis an. Das ist so hässlich. Und da gibt es ja einen Trick, dass man sagt, na und, wir dürfen ja einsetzen, was wir wollen. Wir setzen eine 5 ein, weil sich das dann besser kürzen lässt. Und dann wird sich hier raus ergeben, 1. Minus 1 ist dann zwar 0, aber das macht nichts. So. Und wie kommt man jetzt damit klar? Ja, jetzt bin ich von hier unten ausgegangen und gehe nach oben. Ist erlaubt. Wir machen es aber nochmal glatt. Wir gehen von hier aus los. Also, 1, 2, 3, 4, 5. Ein Fünftel mal 5 ist 1. Minus 1 ist 0. Also, ich lande hier. Und jetzt kann ich den Graphen einigermaßen, na mal sehen, ob mir das gelingt, freihändig. Ja, jetzt kann ich den Graphen einigermaßen malen. Ich fange jetzt aber schon mal an, dass ich immer von dem Y-Achsenabschnitt auszähle. Ihr werdet staunen, was da passiert. Das ist nämlich das zweite Verfahren. Ne, machen wir erst mal das erste. So. Ich nehme mir mal einen zweiten Graphen vor. Der heißt, F von X ist minus 1 Drittel X plus 2. Fällt mir gerade so ein. Plus 2. Ach, die 2 hat jetzt einen Pferdeschwanz. Das sieht doof aus. So. Ich warte noch, bis die anderen alle aufgemalt haben. Ja, wir sollten in diesem Fall doch einen Kontrollpunkt erst wählen. Und zwar einen Kontrollpunkt, der hier irgendwie dazwischen liegt. Wir könnten auch eine 10 einsetzen. Setzen wir mal eine 10 ein. Ein Fünftel mal 10 ist 2. 2 minus 1 ist 1. Das heißt, ich müsste 10 nach rechts gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja, ja, klappt noch. 10. Und dann 1 nach oben. Ein Fünftel mal 2. Äh, ein Fünftel mal 10 ist 2. Minus 1 ist plus 1. Hier ist der nächste Punkt. Das wäre mein Kontrollpunkt. Und wenn ich jetzt so einigermaßen gut gemalt habe, geht er wirklich da durch. Kann ich weitermachen mit dem blauen? Gut, Moment. Action. Gut. Jetzt kommen wir zum blauen Graphen. Wir sagen, okay, ersten Punkt haben wir wieder, ne? Hier ist er. Hier, 0, 2. So heißt der Punkt. 0, 2. 0 nach x und 2 nach oben. So, und jetzt setzen wir hier natürlich am besten eine 3 ein, damit die sich mit dem ollen Drittel kürzt. Einverstanden? Also, minus 1 Drittel mal plus 3 ist minus 1. Plus 2 ist 1. Nochmal. Ich setze hier eine 3 ein. Dann ergibt sich hier minus 1 plus 2 ist nur noch 1. Minus 1 plus 2 ist 1. Also, 1, 2, 3 nach rechts ergibt bloß noch 1 nach oben. Hier ist der Punkt. Wir sollten auch einen Kontrollpunkt nehmen. Ich setze jetzt mal minus 3 ein. Minus 3 mal ein Drittel ist plus 1. Plus 1 plus 2 ist 3. Das heißt also, wenn ich minus 3, wenn ich 3 nach links gehe, lande ich auf 3. Hier ist der nächste Punkt. Und jetzt sieht man es. Wenn ich die alle verbinde, dann liegen die drei Punkte auf dem Graphen und ich habe den Graphen richtig eingemalt. Pause. Also, ich sage nochmal schnell, Punktkoordinaten nochmal. Wir hatten ja hier gesagt, das ist minus 3, 1, 2, 3 plus 3. Dieser Punkt hier hieße, oh, na. Dieser Punkt hier, der hieße dann, P minus 3, 3. Dieser hieße 0, 2. Hier nennen wir den P1, nennen wir den P2. Dann hieße der 0, 2. Nennen wir den P3. Dann hieße der 1, 2, 3, 1, 3, 1. Man muss immer einen senkrechten Strich machen. Man kann es auch mit Semikolon abkürzen. Man muss es aber in Semikolon nehmen, weil man nämlich auch zum Beispiel Punkte haben könnte. Die heißen, nehmen wir mal meinetwegen ein P-Beispiel, minus 0,2, 3. Dann habe ich hier eine Komma-Stelle und damit ich nicht hier 0,2,3 schreibe, macht man ein Semikolon. Schöner ist der Strich, der trennt eindeutiger die Werte, da sieht man es besser. Okay, das bloß nochmal zu Punkten. Was ihr im Test dann können müsst, ist Punkte einmalen. Das Verbinden ist natürlich leicht. Und die Punkte anhand der Funktionsvorschrift bestimmen. Nehmen wir noch eine grüne Geschichte. f von x sei, ähm, minus 4x minus 3. Und jetzt macht ihr das mal und ihr zu Hause, die ihr das seht. Ich mache in der Zeit Pause und dann werden wir es sehen. Ich bin mit dieser Funktion hier ein bisschen gekniffen, wenn ich nämlich schon mal nur 1 einsetze. Machen wir es mal, in Gedanken. Ich habe nämlich kein großes Koordinatensystem. Wenn ich hier nur eine 1 einsetze, habe ich hier minus 4, minus 3 ist minus 7. Minus 4 mal 1 ist minus 4, minus 3 ist minus 7. Ich hätte also hier mit meinem Koordinatensystem ein Problem. Setze ich nur 1 halb ein, habe ich. Minus 2, minus 3 ist minus 5. Das geht mit den Kästchen. Aber selbst das rutscht mir in diesem Fall unter die Seite. Jetzt muss ich mich anders behelfen. Dann nehme ich einen negativen Wert. Minus 1, x-mäßig. Minus 4 ist plus 4. Minus 3 ist plus 1. Ich kann auch mal versuchen, eine 2 einzusetzen, und zwar eine negative 2. Also hier. Und ich sage dann, minus 4 mal minus 2 ist plus 8. Minus 3 ist 5. Das kriege ich rein. Manchmal muss man eben etwas um die Ecke. Also, minus 2 und 5, hatten wir gesagt. 1, 2, 3, 4. Na, hier ist er. Und siehe da, jetzt habe ich die Punkte wieder, wenn ich die verbinde, das klappt. Und die würden auch sich hier unten noch mit diesem bisschen Verunglückten treffen. Damit das nicht so extrem ist, ich hatte ja schon vorhin mal gesagt, aber das ist noch nicht auf dem Video, ich muss nicht immer eine 1 reinschreiben. Ich habe ja extra mal in Rot eine 5 reinschrieben. Wenn ich nämlich andere Funktionen habe, die größer sind, Beispiel, jetzt mal in blau, f von x sei 10x plus 15. Dann hätte ich mit meinem Koordinatensystem wie bisher, wenn ich hier lauter 1 reinschreibe, ein Problem. Wenn ich aber eine 5 schon reinschreibe, dann ist jeder Schritt hier 5 wert. Und dann müsste das ganz leicht sein. Wir haben hier das absolute Glied plus 15, 15, 15, schwupp. Und 10x ist auch nicht schlimm. Ich setze mal für x eine 1 ein. Machen wir das mal. Eine 1, das wäre hier, das wäre wieder unglücklich. Aber trotzdem, dann ergibt sich schon 10. Also 1 und der nächste Punkt ist 10. Ich setze eine 5 ein, wäre ich bei 50. Müsste man hinkriegen. Probieren wir es mal. 5, 50. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ei, hier klappt es nicht. Also wäre ich mit so einem Fall auch noch nicht richtig bedient. Ich muss mir praktisch manchmal durch probieren, irgendwie überlegen, was für Werte kommen auf mich zu. Und wie kann ich die günstig durch Einteilung irgendwie trotzdem darstellen. Aber das wird dann später Thema sein. Jetzt erstmal machen wir mit unserem 1er Koordinatensystem weiter. Und wenn uns hier im positiven Bereich die Werte zu weit nach negativ hin abrutschen, ja dann müssen wir eben mal negative Werte einsetzen. Minus 4 mal minus 1 ist nämlich schon plus 4, minus 3 ist dann plus 1 und so weiter. Dann kommt man eben mit solchen Werten besser klar. Zu Hause üben. Nochmal, ihr müsst euch auskennen, mit dieser Methode entsprechend Graphen von linearen Funktionen zu zeichnen. Eure Aufgabe, wie ihr das macht, also das kommt später, ist ganz einfach, dass ihr sagt, ich denke mir mal aus f von x ist minus 2 Fünftel x plus 7. Einfach so. Einfach hinschreiben. Wobei ich zu Anfang noch nicht rate, mit 2 Fünftel zu arbeiten. Aber vielleicht geht es ja, wenn ich eine 5 einsetze. Was ergibt sich da nämlich? Auch nichts Schlimmes. 2, ne? Wenn ich hier eine 5 für x einsetze. 2 Fünftel mal 5 ist 2. Geht. Also immer mit dem, hier unten hier mit dem Nenner. Da kann man schon mal ein bisschen jonglieren und die entsprechenden x genau gleich setzen. Dann kürzt sich das und dann wird das nicht so schlimm. Einfach probieren. Ersten Punkt finden wir immer. Gar kein Problem. Den würde ich mir allerdings auch nicht zu groß wählen, wenn mein Koordinatensystem das nicht hergibt und so weiter. Alles klar? Gut, dann hören wir an der Stelle erstmal auf mit dem Video. Ich wünsche dann in ein paar Minuten schöne Pause. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.